Herzlich Willkommen zum Podcast Das Mindset der Champions. Ich bin dein Gastgeber Tobias Kunert und hier tauchen wir gemeinsam in die faszinierende Welt des Unterbewusstseins ein. In jeder Folge erwarten dich inspirierende Menschen mit spannenden Lebensgeschichten und wertvollen Einsichten. Gepaart mit einer guten Prise Humor erfährst du mit uns die Geheimnisse des Erfolgs. Lass uns gemeinsam unser Potenzial freilegen. Lass uns gemeinsam lernen und wachsen. Das Mindset der Champions. Folge 65. Servus Freunde. Heute machen wir mal was Neues und zwar eine Fragen-und-Antworten-Folge. Wir haben zur Zeit verstärkt Nachrichten von euch bekommen und das finde ich total cool, wenn ihr da mit uns in den Dialog geht, was ihr auch gerne so mal hättet im Podcast. Es kam zum Beispiel jetzt vermehrt vor, dass ihr gesagt habt, ihr hättet gerne mal wieder eine Deep-Talk-Folge, weil man da einfach unglaublich viel über sich selber lernen kann. Und das finde ich mega, also das behalten wir gerne bei, wenn ihr irgendwelche Wünsche für diesen Podcast habt. Wenn es Fragen rund um das Thema Hypnose, Unterbewusstsein gibt, dann meldet es euch. Auch nicht nur jetzt, wenn wir es so mal ankündigen, sondern mir gefällt es so gut, ich will es beibehalten. Wir räumen da irgendwie so fünf Minuten am Ende von jeder Folge ein und wenn es eine Frage gibt, dann schickt es uns einfach eine E-Mail, das probieren wir jetzt mal aus. Und wenn das dann in dem Rahmen irgendwie beantwortbar ist, dann machen wir das einfach in jeder Folge. Total cool. Ich freue mich, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und das ist der erste Podcast jetzt in diesem Jahr, auf den ich alleine aufnehme. Wie geht es dir denn? Es ist ein neues Jahr, es ist eine krasse Zeit. Es ist einfach, es ist eine krasse Zeit gerade. Und es passiert einiges im Leben. Ende letzten Jahres hat es mir so krass mal die Lebensenergie weggenommen. Also ich war einfach völlig überpaced. Ich kenne das von mir schon. Ich merke einfach manchmal nicht, wann ich drüber raus bin, weil es mir so viel Spaß macht, sodass ich einfach die Signale vom Körper und so weiter gar nicht merke. Und dann ist mir das Jahr davor auch schon passiert in der Weihnachtszeit, dann bin ich krank geworden. Und dieses Jahr, ich habe mir sogar vom Husten eine Rippe verstaucht. Das musst du dir mal vorstellen. Und dementsprechend habe ich es auch gerne angenommen. Aber mir hat es so den Steck erzogen. Darüber nehme ich dann sogar meine Deep Talk Podcast Folge auf. Das ist wirklich mal ein Thema. Da kann man einen Deep Talk draus machen. Also ich bin mir sicher, es geht mehr Menschen so. Und da spricht man dann vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit drüber. Und ich habe da wirklich gar kein Problem damit. Ich bin da sehr ehrlich zu mir selber und kann da auch super drüber sprechen. Und dann machen wir mal eine Deep Talk Folge, wenn dir mal die Energie ausgeht. Aber das war so witzig. Ich lag halt dann irgendwann, ich habe dann eineinhalb Wochen Urlaub gehabt und die war wirklich durchgehend krank. Und irgendwann dann so, ich habe so viel geplant einfach schon ab Januar. Ich wusste, es geht gleich los mit dem Seminar in der Firma Silberteam. Dann ein großer Vortrag bei Baum mit den Oberstdorf. Ein Vortrag an der Hochschule in Kempten. Seminare jetzt ganz viel. Und dann lag ich da so und habe irgendwann schon so rückwärts gezählt. Weißt du, okay, fünf Tage nur, dann geht es wieder los. Vier Tage nur so. Und lag dann so, wie wenn du so eine Luftmatratze in den Stöpsel ziehst. Und dann lag ich da so in meinem Bett und habe mir gedacht, jetzt bin ich ja gespannt, welcher Tobi da im Januar diese Vorträge hält. Und so sprudelt und mit leuchtenden Augen, weil der hier, der ist sicher nicht. Und zum Glück, ich habe es wirklich hingebracht. Und wie, das sage ich dir dann alles in dieser nächsten Podcast-Folge, Deep Talk. Aber das war schon krass. Also es war eine völlig neue Erfahrung für mich. Und seitdem ist der Wert Gesundheit jetzt einfach nochmal an eine ganz andere Stelle gerückt. Ansonsten haben wir viel vor. Dieses Jahr, nächste Woche, bin ich in der Hochschule in Kempten. Total cool. Die machen eine Kick-Off-Veranstaltung für ihre Angestellten. Also die ganzen, ja, sowohl die aus der Verwaltung als auch die Unterrichtenden. Und das sind dann fast 300 Leute, glaube ich. Und da zerlegen wir einfach mal die in die Hochschule nächste Woche. Ich habe richtig Bock. Und wir machen wieder zwei Selbsthypnose-Seminare dieses Jahr. Wenn du dabei sein willst, das ist immer nur mit einer kleinen Gruppe, weil ich wirklich jeden Teilnehmer voll mit einbeziehen will, Selbsthypnose an diesem Tag wirklich zu erlernen und zu beherrschen. Mehrere Techniken, wie du dich selbst hypnotisieren kannst. So, dann melde dich. Wir haben an beiden Terminen aktuell noch Plätze frei. Der erste Termin ist Samstag, der 20.04. im April also. Und das zweite ist dann am 19.10. dieses Jahr. Und wenn du mal einen Vortrag von mir erleben willst, der öffentlich ist. Ich bin am 6. oder 7. aber wahrscheinlich den 6. April auf der Gesundheitsmesse in Landsberg. Das wird eine richtig coole Messe. Ich habe schon mit den Veranstaltern gesprochen. Da steckt echt ein junges, dynamisches Team dahinter. Und die wollen da wirklich was bewirken damit. Und ich freue mich total, dass ich dabei sein darf. Und die Steffi aus meinem Team wird auch mit dabei sein. Dann eben wahrscheinlich einen Tag später mit einem Vortrag über Hypnose bei Kindern. Wann das da anwenden kannst, wann es nicht machen solltest und so weiter. Und ich spreche über das Thema Selbstbewusstsein. Also wenn du sagst, du willst unbedingt mal einen Vortrag von mir erleben, das ist meine Möglichkeit, wo du einfach so reinkommst. Geh auf die Messe, da sind sehr, sehr viele coole Sachen, was ich jetzt schon mitbekommen habe. Wenn du Lust hast, also am 6.7. April dann in Landsberg. Und jetzt, obwohl das so kurzfristig war, ich habe es gestern erst in der Story durchgesagt, es sind so viele Fragen eingegangen. Jetzt beantworte ich die. Also ich lese jetzt einfach, manche haben gesagt, bitte ohne Namen, manche haben keinen dazu geschrieben, manche haben ihren Vornamen hingeschrieben. Und je nachdem lese ich es jetzt dann immer einfach mit vor und beantworte diese Fragen. Ganz wichtig ist, ich bin weder Arzt noch Psychologe oder Psychotherapeut. Ich bin auch kein Heilpraktiker. Ich mache einfach das, was ich mache. Ich habe über dreieinhalbtausend Menschen in Einzelsitzungen hypnotisiert. und ich beantworte diese Fragen gerne, aber das ist meine Erfahrung und meine subjektive Meinung, die ich mir da gebildet habe. Und die ist kein Ersatz für irgendwas, was jetzt ein Arzt sagen würde oder irgendein Gesundheitsratgeber, der ich hier bin. Ja, also das ist, seid ihr dessen bitte bewusst, das ist meine Meinung dazu. Okay, dann machen wir es uns mal gemütlich. Oder ihr habt schon meinen Kaffee hier ganz vergessen, der ist so schön warm jetzt. Und jetzt lehne ich mich mal kurz zurück und lese einfach eine Frage nach der anderen und jetzt freue ich mich, dass wir das machen. Und wenn ihr das taugt, dann schick uns auch gerne ein Feedback dazu und vielleicht machen wir dann mal jede zehnte Folge zum Beispiel einfach, wo wir sowas machen. Mein Ziel mit diesem Podcast ist, dass ich dein Umfeld bin. Das Umfeld beeinflusst uns unglaublich. Also die Menschen, mit denen du deine Zeit verbringst, die bist du am Ende. Und es ist krass, wie viel uns ein energieraubendes Gespräch dann Energie kosten kann. Wie lange das dauert, bis wir sowas wieder ausgleichen in uns. Und es ist aber auch krass, wenn du mal ein richtig geiles Gespräch hast mit einem Vorbild oder mit einem Menschen, der dich irgendwie höher schwingen lässt in dem Moment, weil er einfach begeistert ist von dem, was er macht und weil du da irgendwie was draus ziehen kannst. Dann ist das unglaublich, wie er das anheben kann. Und ich habe da so, in jedem Lebensbereich gibt es für mich das ein oder andere Vorbild und wenn ich da einfach Zeit mit so einem Menschen verbringe, das ist unglaublich toll. Aber weil es ja nicht immer geht, bin ich so froh, dass es Podcasts gibt. So kann ich mir einfach mal, wenn ich zum Beispiel Gespräche mit energieraubenden Menschen, warum auch immer, hatte, dann höre ich mir hinterher einfach ein, zwei Podcasts an und ich bin dann wieder auf einem ganz anderen Energielevel. Und das ist mein Ziel mit diesem Podcast. Und deswegen ist es meine Zeit, die ihr den Hörern gerne widmet. Und wenn ihr Fragen habt, dann raus damit und dann können wir die hier beantworten. Also wunderbar, los geht's. Dann fangen wir an mit einer Frage von der Franziska. Du sagst, dass man bei dir in der Hypnose alles bewusst mitbekommt und nicht weg ist. Gibt es diesen Zustand, in dem man wirklich komplett weg ist und wo wird er angewendet? Also, du musst dir vorstellen, dein Unterbewusstsein, das hat keine eigenen Ohren. Also das hört über den Verstand. Und deshalb ist es, wenn du jetzt zum Beispiel erfahren in der Meditation bist, deutlich einfacher, dich da so richtig wegzubeamen, weil du die Sinne im Außen nicht mehr brauchst. Ja, also da kannst du einfach, du kannst so weit abdriften, das ist egal, ob du nichts mehr im Außen wahrnimmst. Bei der Hypnose ist es immer so, dass du ja die Worte trotzdem noch wahrnehmen solltest. Also du solltest ja den Hypnotiseur hören. Und deshalb allein kannst du in bestimmte Tiefen von Zuständen gar nicht kommen, weil du ja sonst den Hypnotiseur nicht mehr hörst. Ja, ich selber arbeite immer mit leichten Trance-Zuständen. Ja, also man hat da zu jeder Sekunde die Kontrolle, man bleibt die ganze Zeit man selbst. Es ist so ein Zustand, den du ja sowieso jeden Tag erlebst, so beim Aufwachen, nach dem Einschlafen. Und deshalb, es ist halt so einfach nichts Neues. Und deshalb liegen halt die meisten in der ersten Hypnosesitzung da und denken sich, hä, so ging es mir selber auch. Und ich dachte, ja klasse, bei mir funktioniert wieder gar nichts. Ich sehe die Bilder gar nicht so klar, wie der sagt. Und habe wieder extra freigenommen, bin so weit gefahren, wie man damals gedacht. Und nach der Hypnose war trotzdem das Thema gelöst. Ja, und deshalb, man stellt sich ja immer diesen Zustand irgendwie so vor. Ja, da müsste ich doch irgendwie, wie fühlt sich eigentlich die Hypnose an? Und das ist oft also gedanklich der falsche Ansatz, wenn man sich da denkt, boah, also je tiefer jetzt irgendein Zustand ist, desto sicherer kann ich sein, dass hinterher alles gedeckelt ist. Und das ist eben nicht so, ja. Also du brauchst nicht die ganz tiefen Trancen, um irgendwas, sowohl jetzt aus der Vergangenheit, als auch für die Zukunft oder im Jetzt im Unterbewusstsein dazu bearbeiten. Ja, ich sehe das immer so, wie die Hypnose, wie so eine Art Paartherapie, ja. Der eine Teil ist das Unterbewusstsein, der andere Teil ist der Verstand. Und da ist es weder okay, wenn man dem einen den Mund zuklebt, noch dem anderen. Also haben ja beide mitzureden. So, und deshalb sollte man weder total im Verstand sein, noch einfach total tief in irgendwelchen draußen. So sind halt beide da. Ich hoffe, das hat deine Frage soweit beantwortet. Also ich habe hin und wieder auch schon mal Geschichten gehört, allerdings noch nie von Menschen, die das in erster Hand erfahren haben, so, dass jemand gesagt hat, ich war so weg, da hat mich jemand hypnotisiert, ich konnte nichts mehr machen, ich konnte mich nicht bewegen, ich war völlig ausgeliefert. Sowas habe ich nun nicht gehört. Ich habe schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, mir hat das jemand erzählt, aber ich habe es noch nie aus erster Hand gehört. Also wenn du sowas selber erlebt hast, dann schreibe uns auch gerne mal, das würde mich echt interessieren. So, dann haben wir den Philipp, der fragt, Hallo Tobi, du entscheidest ja viel aus dem Bauch heraus. Woher weiß ich, ob ich eine Entscheidung vom Bauchgefühl heraus treffe oder vom Unterbewusstsein, wo negative wie positive Glaubenssätze verankert sind? Okay, also ich hoffe, ich verstehe dich da richtig, Philipp. Für mich sind jetzt in meiner Definition das Bauchgefühl und das Unterbewusstsein erstmal gar nicht so weit voneinander weg. Also Kopf und Bauch, ja, also Bauchgefühl, ich glaube, ich weiß, was du meinst und versuche jetzt mal so anzusetzen. Sagen wir einfach mal, das Bauchgefühl ist das, was den roten Faden in deinem Leben kennt. Also was immer schon weiß, was für dich richtig ist. Und dieses Bauchgefühl, das könnte man jetzt einfach nur, also vor sich hin philosophieren, das könnte die Seele sein, das könnte aber auch, das könnte auch das Unterbewusstsein sein. Und da ist natürlich, wenn du auf die Welt kommst, ja, dann sind da jetzt noch nicht so viele Glaubenssätze erstmal drin und da könnte man sagen, das wäre ein reines Bauchgefühl. Und dann ist alles, was du erlebst, alle Erfahrungen, alle Glaubensmuster, die man dir vorlebt, die prägen natürlich dein Unterbewusstsein. Das sind die Brillen, durch die du dann die Realität betrachtest. Meinst du quasi, du spürst jetzt was mit dem Bauch, aber weißt nicht, ob das von Glaubensmustern jetzt verfälscht ist. So, und das ist, glaube ich, immer die Kunst. Das eine ist jetzt der Kopf, der weiß, was logisch ist, der kann das Ganze logisch betrachten, auch ohne Gefühle, kann sich davon distanzieren. Und der Bauch ist so ein Hauch einfach, der braucht die Logik nicht, der gibt dir einfach ein Gefühl. Und das ist immer verwässert. Wir betrachten das immer durch unsere Glaubensmuster. Und deshalb, ich höre auf mein Bauchgefühl, ich nehme den Kopf immer mit dazu, wenn es jetzt vor allem um wichtige Lebensentscheidungen geht natürlich, und dann lasse ich die beiden da miteinander sprechen. Ich entscheide wirklich ganz, ganz, ganz viel in meinem Leben wirklich nach Bauch, selbst wenn der Kopf jetzt oft gar keine greifbaren Argumente findet, aber wenn es sich irgendwie mal krass widerspricht, dann durchleuchte ich schon mein Bauchgefühl und sage mir, ja, ist das jetzt komplett verfälscht oder kann ich mich da wirklich drauf verlassen? Sagen wir jetzt einfach mal zum Beispiel, wenn du gelernt hast von klein auf, dass reiche Menschen irgendwie böse sind, dass die Menschen hintergehen und so weiter. Und du hast ganz normal, sage ich jetzt mal, mit so einem Mindset gelebt und irgendwann bist du auf deinem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, du triffst einen potenziellen Mentor und du hast das Gefühl, der wird dir echt was mitgeben auf dem Weg und das fühlt sich irgendwie gut an, gleichzeitig ist aber so ein Misstrauen, aber das ist ja einer von den Reichen zum Beispiel, der könnte ja andere Menschen oder mich hintergehen, der könnte andere ausbeuten, wie auch immer. Dann spürst du so, zum einen ist dieses Bauchgefühl, dieser Mensch ist dir sympathisch und das andere sind jetzt deine Glaubensmuster. So, hast du es, glaube ich, gemein in der Frage, oder? Es fühlt sich was gut an, ist aber trotzdem getrübt durch diesen Nebel, weil du ein Leben lang erfahren hast, zum Beispiel reiche Menschen sind irgendwie böse. Und allein, wenn du dir die Situation jetzt mal vorstellst, da kann man, glaube ich, wenn man achtsam ist, schon sehr gut abwägen. Okay, woher kommen jetzt diese Zweifel? Ah, die kommen aus meiner Vergangenheit. Und dann ist der Kopf ja das Hilfreiche und kann dann entscheiden. Okay, dann darf es jetzt das positive Bauchgefühl sein, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Muss aber gleichzeitig natürlich an den Glaubensmustern arbeiten. Und das ist ja das Spannende an der Persönlichkeitsentwicklung. Ich hoffe, lieber Philipp, das hat deine Frage beantwortet. Also ich höre immer auf meinen Bauch, ich nehme den Kopf oft ganz gerne dazu, aber wie ein Auto, einfach, wenn es mir einen Vorteil gibt, steige ich in ein Auto ein, dann fahre ich eine Strecke, aber dann versuche ich auch wirklich, dass ich das Auto nicht mit in mein Wohnzimmer nehme, sondern steige aus und bin dann auch wieder, also ich bin nicht das Auto. So, und so versuche ich es mit meinem Verstand zu machen. Und bei den Glaubensmustern, da hilft einfach nur, sich damit auseinandersetzen, wirklich an sich arbeiten. Glaubensmuster, da hilft es auch nichts zu denken, jetzt bin ich dann bald fertig oder so, sondern lass das einfach einen lebenslangen Prozess sein. So, finde immer wieder, welche Glaubenssätze sind jetzt gerade, so wie eine Zwiebel, und dann ziehst du wieder eine Hülle runter. Und so dürfte es einfach weitergehen. Und ich weiß, ich glaube, der Tag, wenn du mal sagst, jetzt habe ich kein einzigen, nichts mehr an mir zu arbeiten, dann bist du eh bereit, glaube ich, von der Welt zu gehen, irgendwann so. Stell dir das mir bei mir mal vor, so. Hoffentlich schaffe ich das noch alles so. Und dann irgendwann stellst du fest, so, und das wird vielleicht der letzte Tag. Und deshalb darf der Weg einfach Spaß machen. So, dann schreibt die Rosi. Hallo Tobi, was war die herausforderndste Hypnose für dich? Boah, das ist eine krasse Frage. Also schau, es waren dreieinhalbtausend Hypnosen, und es war an jeder irgendwie eine Herausforderung. Und du musst dir vorstellen, immer wenn ein Mensch kommt und ein Problem hat, das für ihn so schlimm ist, dass er dafür bereit ist, zu einer Hypnose zu gehen, dann ist das schon schlimm. Und in uns drinnen kennen wir ja nur immer für uns die schlimmsten Probleme. Also ich bin mir sicher, jeder, der zu mir kam, hat das Problem so ziemlich gleich schlimm empfunden. Ich denke mir so, wenn jemand irgendwo lebt auf dieser Erde, wo er einmal am Tag nur irgendwie eine kleine Ration zu essen kriegt, und das würde einmal ausfallen, dann hat der, und das ist krank, das muss ich dir mal vorstellen, den gleichen physischen Schmerz, wie wenn meine Tochter keinen WLAN hat. So, weil das einfach für beide das Schlimmste ist, was sie jemals erlebt haben. So, und in sich drin, wenn man Schmerz messen würde, dann mit Botenstoffen oder wie auch immer, dann hätten die wahrscheinlich genau den gleichen Schmerz. Und deshalb, also aus Sicht der Leute, die zu mir kamen, bestimmt so ziemlich alles ähnlich. Aber es waren schon natürlich Sachen dabei, die einen echt schon, wo du einfach denkst, das gibt es doch gar nicht. Was kann die Psyche des Menschen manchmal aushalten müssen? Was denkt sich manchmal so das Schicksal dabei? Das ist schon wirklich krass. Was mich mal wirklich so vom Hocker kaut hat, war, weil ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet habe, war, da habe ich das erst ein paar Jahre gemacht damals. Und da war ein Mädchen bei mir, das in der Vergangenheit halt eine Sexualstraftat zum Opfer gefallen ist. Und da ist dann eine Therapeutin aber schon mitgekommen, die wollte sie eben dazu begleiten. Und gerade wenn du selber dann noch jung bist und in deiner Entwicklung stehst, dann musst du ja auch mal aufpassen in solchen Situationen und dein Ego, weißt du, boah, schaut die mir jetzt da über die Finger, will die mir am Ende dann irgendwie blöd kommen oder ist die cool? Und dann, ja, da habe ich gesagt, die darf einfach mitkommen, das ist okay. Und das war dann auch völlig in Ordnung. Also die war ganz still, hat das Ganze einfach begleitet, aber sehr herzlich. Und irgendwann, so nach zwei Stunden, habe ich sie eben dann mal kurz gefragt, wie sie eigentlich drauf kam, das zu machen. Ja, ist ja auch kein Einfachheitsjob, wenn du den ganzen Tag nur über solche Themen sprichst und dann vor allem auch mit den Opfern. Und dann hat sie gesagt, dass sie ungefähr 14 Jahre ihres Lebens fast täglich vergewaltigt wurde und das, als ihr Warum genommen hat, in Zukunft Menschen zu helfen. Weil was soll sie denn noch umhauen? So quasi, sie hat da wirklich viel erlebt und das hat mir so, boah, das hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich dachte, wow, das ist so krass. Wenn jemand seine Erfahrung, die so schmerzhaft war, dafür hernimmt, um der Welt was Gutes zu tun, dann, boah, das ist krass. Und sowas, das beschäftigt dich dann schon einfach mal Tage oder Wochen später vielleicht. Und ansonsten muss ich sowieso in meiner Kraft sein. Ich stehe morgens um fünf auf und ich muss jeden Tag so viel an mir arbeiten und das mache ich auch gerne, weil wenn ich nicht in meiner Energie und meiner Kraft bin, dann würde ich das auch gar nicht aushalten. Nee, weil das ist kein Abgrenzen. Ich gehe da in meinen Terminen, bin ich voll, ich öffne mich da voll, weil wir hauen alles auf den Tisch und dann arbeiten wir damit und schauen, dass es den Menschen gut geht und dann raubt es ja keinem Energie. Dann geht es ja jedem danach besser. Aber dennoch ist das so ein, man muss aufpassen, dass man die Dinge einfach nicht dann zu sehr an sich ranlässt und deshalb darf man da einfach viel Zeit nehmen und viel Energie vor allem auch an sich selber zu arbeiten und dann darf man einfach, ich bin dann einfach dankbar, weißt, dass ich, ich bin ja nicht der, der hilft, sondern das ist ja das Unterbewusstsein. Ich bringe die beiden Verstand und Unterbewusstsein zusammen und darf dann irgendwie Zeuge davon sein, jedes Mal wieder, was da alles Krasses passieren kann. Und da habe ich sowohl in Lebensgeschichten, also in Hypnosen, dann Sachen gehört, die waren echt krass, aber genauso viele schöne und vor allem nach den Hypnosen Dinge, die sich ins Schöne entwickelt haben und das allein macht, das wiegt das Ganze ja dann schon wieder tausendmal auf. Dann haben wir eine Frage ohne Namen. Lässt du dich auch hypnotisieren? Also, wir führen den ganzen Tag über eine Beziehung zwischen Verstand und Unterbewusstsein. Das ist unser Selbstgespräch im Kopf. Und wir sind keiner von beiden und beide. Also, du bist manchmal dein Verstand, immer wenn du Dinge planst oder an die Zukunft denkst zum Beispiel und dann sind wir aber auch das Unterbewusstsein. Wir sind im Jetzt, was wir auch inneres Kind nennen. Wir sind beide Teile und es ist halt wie, wenn du eine echte Beziehung führst. Also, du kannst eine Beziehung führen und es einfach laufen lassen oder du reflektierst und du schaust, wie kann ich auf den anderen eingehen, wie kann ich an mir arbeiten und wie wird es ein Miteinander. Ich habe auf jeden Fall schon beides gehabt und du kennst zumindest eins davon mit Sicherheit auch, wenn man einem das nicht bewusst ist, dann versteht man sich selber nicht. Das Unterbewusstsein macht so seins, der Verstand macht so seins und manchmal laufen die in die gleiche Richtung und dann ist es ganz cool, aber wenn nicht, dann hast du ein Problem und weißt auch nicht, wie du es machen sollst. Und da habe ich einfach gelernt, da ist die Hypnose halt einfach das perfekte Werkzeug. Wenn die beiden direkt miteinander kommunizieren können, dann mache ich es mir doch einfach. Und deshalb, allein schon durch die Selbsthypnose, die ich fast täglich mache, kommuniziere ich, also ich will sagen, wirklich an 363 Tagen im Jahr kommuniziere ich mit meinem Unterbewusstsein. Wirklich ganz bewusst und aktiv, weil ich würde das sonst alles gar nicht, also nee, so eine Beziehung würde ich nicht führen wollen. Mit meiner Frau will ich mich auch unterhalten, ich will aussprechen und so mache ich das auch mit meinem Unterbewusstsein. Und dann lasse ich mich natürlich auch gerne immer wieder hypnotisieren, allein schon in den ganzen Ausbildungen, die ich mache natürlich. Und dann gibt es immer so Themen, wenn man mal irgendwie selber gar nicht weiterkommt oder wenn einem doch irgendwas aus der Vergangenheit jetzt komplett im Weg steht, dann brauche ich auch einen Impuls von außen, weil da komme ich dann oft selber einfach gar nicht hin. Also ja, ich liebe Hypnose, und wenn ich das selber nicht machen würde, dann, boah, nee. Wie soll die es dann anderen raten? Dann haben wir nochmal eine Frage. Ohne Namen. Wann wirkt Hypnose nicht? Pass auf, das ist so, Unterbewusstsein und Verstand sprechen miteinander. Und Hypnose ist, wenn ich es dir vorher sage, ich sage zum Beispiel, Achtung, ich hypnotisiere dich jetzt. Und wenn du dich dann wehrst, dann wird es nicht funktionieren. Fertig. Du kannst dich dagegen wehren, wirklich ganz bewusst. Das Fiese ist ja, dass das dann oft Situationen sind, wo man es uns nicht vorher sagt, und dann ist es keine Hypnose, sondern Manipulation. Kannst du jetzt positiv oder negativ konditioniert haben, aber jemand wirkt auf dich ein, ohne dass du es weißt. Und dann funktioniert es ja sowieso. Hypnose, so dieses, bin ich einer von den Menschen, wo es nicht funktioniert? Nee, du bist jeden Tag in diesen Hirnfrequenzen und du hast ein Unterbewusstsein und einen Verstand. Sonst würde das ja gar nicht funktionieren, dieses ganze Leben in dir drin. Und deshalb, man kann mit dem Unterbewusstsein kommunizieren. Es kann einem schwerer oder leichter fallen. Ich zum Beispiel bin totaler Zappelphilip. Ich bin, wenn ich nicht Sport mache, wenn ich nicht ausgeglichen bin, oder wenn ich Zeiten habe, wo ich zu viel Zucker zum Beispiel esse in meinem Leben, dann fällt es mir so furchtbar schwer, mich zu konzentrieren. Aber das macht nichts. Ich bin dann einfach in den Momenten, wo ich halt nicht abdrifte, bin ich trotzdem in der Selbsthypnose drin. Und es funktioniert genauso. Ich dachte halt immer, ich muss so diesen absoluten Zustand erreichen, wo ich nichts in meinem Außen und keine Gedanken. Und ach was, dann müsste man es doch nicht üben. Also Hypnose funktioniert dann nicht, wenn du es nicht willst. Und deshalb, das fragen oft die Leute auch in der Praxis, also wenn du schon mal den Schritt gegangen bist und einen Hypnose-Termin vereinbart hast und dann da auch extra hingefahren bist und auch bereit bist, Geld dafür zu zahlen, ja, dann wird es auch funktionieren, weil dann wirst du dich nicht wehren. Oder so der Klassiker wäre zum Beispiel, wenn jemand sagt, kann unsere Tochter zu dir zur Hypnose kommen, damit sie dann hinterher besser lernen kann. Erstens, weiß deine Tochter überhaupt, dass du mich das fragst. Zweitens, hat die überhaupt Interesse, dass sie besser lernen kann? Also nicht nur so einfach mal nebenbei, ja, ja, sondern will die das, weil das wäre mein Problem als Schüler gewesen. Ich konnte nicht lernen, aber selbst wenn du mir gezeigt hättest, wie, dann, wenn es mich nicht interessiert, dann will ich auch nicht lernen. Und dann kam es, also da sind wir mittlerweile einfach schon ganz anders in unserer kompletten Ausstrahlung nach außen und in unseren Worten und wie wir da auch sind am Telefon. Aber früher kam das ein, zweimal vor, dass dann einfach schon Kinder bei mir saßen und so, warum bist du heute hier? Ja, eigentlich nur, was die Eltern gesagt haben. Und dann ist natürlich auch die Erwartung, der Eltern soll dann nicht enttäuscht werden und deshalb, in solchen Fällen würde dann eine Hypnose nichts bringen. Sonja fragt, nimmst du Probleme, die du in deiner Praxis hörst, nicht mit nach Hause? Was machst du da, um dich zu schützen? Ja, achso, das habe ich jetzt vorher schon in einer anderen Frage, glaube ich, so ziemlich mitbeantwortet. Das war keine Absicht. Ich bin einfach der Meinung, früher gab es, glaube ich, so dieses klassische Bild eines Menschen, der dir hilft, der sitzt hinter einem Schreibtisch, der weiß, wie die Psyche funktioniert, aber ob er das selber lebt oder nicht, ist scheißegal so. Und dann drückt man so die Knöpfe und dann funktioniert es. Und das weiß ich nicht, so wie mir dieses Modell gefällt. Ich bin, wenn ich was lerne von Menschen oder wenn die mir irgendwo helfen sollen, dann immer, weil sie in diesem Bereich schon weit voraus sind. Und deshalb ist das für mich so der einzige Weg. Ich will, wenn du zu mir in die Praxis kommst, dass du das Gefühl hast, da sitzt mir jemand gegenüber, der leuchtet, der bringt mich so in meine Kraft heute, allein dadurch, dass er so in seiner Kraft ist. Und deshalb, also von früh bis spät an mir arbeiten, ich meditiere, ich mache Yoga, also jeder Yoga-Lehrer wird mir ausladen, ich dehne mir halt. Wenn dann immer eher das passive Yoga und daraus habe ich so meine eigenen Dehn-Methoden gemacht. Ich schreibe Tagebuch jeden Tag. Ich arbeite und kommuniziere aber vor allem täglich mit meinem Unterbewusstsein. Und da schaue ich wirklich, dass das so wirklich, diese Beziehung, das die Wichtigste in meinem Leben ist. Und ich nehme immer schon gerne viel Zeit und Energie für wichtige Beziehungen in meinem Leben. Und dann sehe ich schon, wie viel Energie ich da allein schon für mich brauche. Wenn man da bei jeder guten Beziehung in der richtigen Kommunikation miteinander ist, sich gegenseitig vertraut und so weiter, dann funktioniert diese Beziehung. Und so ist es einfach immer so phasenweise, was ich gerade wieder alles für Routinen mache und so weiter. Aber vor allem glaube ich, dass ich einfach immer viel Zeit und Energie für diese Beziehung zu mir selber habe. Und das heißt, dass ich vor allem auch Zeit habe, Gespräche mit mir selber im Kopf zu führen. Wenn meine Tage zu voll sind, kann ich das nicht. Da kann ich nicht träumen, kann ich keine Gespräche mit mir selber führen und das kann ich nicht lang. Dann macht mein Unterbewusstsein nicht mit. Der Helmut will wissen, bis zu welchem Krankheitsbild ist Hypnose erfolgversprechend anwendbar. Zum Beispiel Schizophrenie. Ja, das ist eine krasse Frage, lieber Helmut. Vor allem, weil ich ja kein Arzt bin. Also alles, was ich da jetzt sage, sowieso darfst du nicht auf die Goldwacke nehmen. Das sind immer nur Meinungen von mir. Es ist die Frage, bei vor allem jetzt zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen, sind immer Dinge, die du seit deiner Kindheit hast und wo man auch davon ausgeht, dass die erstmal bleiben. Und da jetzt zu sagen, nein, da hilft keine Hypnose, wäre falsch, aber zu sagen, ja, dem hilft Hypnose und danach hat er das nicht mehr, wäre auch falsch. Also es ist immer so die Frage, was, Hypnose ist der Weg, aber was ist denn eigentlich das Ziel? Ist das Ziel zum Beispiel, dass jemand, der schizophren ist, einfach ein krasseres, Selbstbewusstsein kriegt, sich selbst als Schöpfer seines Lebens sieht und mit diesen Dingen umzugehen lernt und ein möglichst glückliches Leben führt, in dem er einfach klarkommt, Verantwortung für sich selber, dann kann der Hypnose ein unglaublich hilfreiches Tool sein. Nur wenn du sagst, komme ich da hin, dann gibt es eine Hypnose und dann ist Schizophrenie für immer weg, so da wäre ich vorsichtig, sowas zu glauben. Also da ist immer die Frage, ich will keinen Menschen mit einem anderen zusammen in eine Schublade stecken, weißt du, was, ich habe schon wirklich alles mögliche erlebt, ja, ich habe schon Menschen erlebt, die seit 20 Jahren in Schmerzkliniken waren und dann halt irgendwann Hypnose ausprobiert haben und das hat dann plötzlich total eingeschlagen. Ich würde aber niemals so weit gehen, dass ich sage, hey, bevor du in irgendwelche Schmerzkliniken bist und man wirklich mal genau hinschaut, ob vielleicht irgendwas an deinen Nerven oder irgendwo kaputt ist, dann komm zur Hypnose und wir zaubern dir die weg. Also das ist immer sehr, sehr, sehr individuell. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass ja auch alles irgendwo seinen Sinn im Leben hat, dann kannst du sowieso nicht mehr zwei Leben miteinander vergleichen, weil der eine, der soll es vielleicht auf irgendeine Weise so erleben, das ist, da ist das Leben zu undurchschaubar und das glaube ich, dürfen alle in uns drin so erleben. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, ansonsten frag gerne nochmal rück. Max, kann jeder Hypnose lernen? Also, ich würde sagen, jeder nicht. Das ist so, wie wenn du jetzt mir plötzlich einen handwerklichen Job beibringen würdest. Ich glaube, ich würde es mit Mühe und Not die einfachsten Sachen irgendwann hinkriegen, aber das wäre weder für die Kunden schön noch für mich und so ist es, glaube ich, gibt es den ein oder anderen Menschenschlag dann bei einer Hypnose auch. Dann, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du eine Stimme hast, die jetzt nicht unbedingt beruhigend ist und dass du da gar nichts dran machen kannst, ist es die Frage und so ein bisschen Talent darf man schon mitbringen allein, was willst du mit dieser Hypnose bezwecken? Da ist es meiner Meinung nach immer nicht Grundvoraussetzung, aber es ist gut, wenn man spürt, also ich bin ja zum Beispiel hochsensibel, das heißt, ich spüre halt einfach unglaublich viel mehr als nur Worte, die mein Mensch sagt und sowas ist natürlich ein Geschenk dann dafür, aber das heißt nicht, dass es Voraussetzung ist und wenn du halt mit deinen Worten gut malen kannst, dann macht das auch nochmal was, weil du bringst, die Worte sind das Instrument, bei dem du dir Vorstellungen im anderen erzeugst und das erzeugt dann auch irgendwie die Hypnose und natürlich, wenn du mit deinen Worten gut beschreiben, gut malen kannst, dann, aber auch sowas kann man lernen, dann bringst du auch nochmal ein cooles Talent mit. Also, wenn man jetzt halt nur weiterschaut, Hypnose, sag ich jetzt mal, in so einen Bereich, wie es ich mache, dann ist natürlich auch wichtig, dass du in deiner Energie bleiben kannst und dass du mit Dingen umgehen kannst, die du hörst. ich war, ich wollte zum Beispiel mal 2012, habe ich mir einbildet, dass sie zur Hypnose dazu ist und noch einen Heilpraktiker macht, den normalen und dann war ich da die ersten Abende dann immer in so einer Freitagabendschule und da kam das Herz dran und ich hatte ja früher schon mal Panikattacken, was das betrifft und mir ist das so schwer gefallen, diese ganzen körperlichen Krankheiten zu hören, zu lernen, zu sehen, ich habe gemerkt, also heute weiß ich, mein Bauch hat mir damals einfach gesagt, das ist nicht dein Bereich, Tobias, du bist in dem psychischen Bereich lieber und ich habe dann alles versucht, sogar habe ich mir gezwungen, mir Operationen am offenen Herz, so Studentenvideos anzuschauen und dann habe ich mir gedacht, vielleicht kann ich da irgendwie so eine Schwelle durchbrechen und irgendwann macht es mir nicht mehr aus, aber das hat mich einfach belastet und dann merke ich, oh nee, da habe ich nichts verloren und ich könnte es jetzt auch nicht, du kannst zu mir kommen und wir können über alle Themen reden, die du in der Psychiast, aber ich werde nicht der Mensch, den man jetzt die Socken auszieht und eitrig geschwollene Füße oder sowas zeigt zum Beispiel einfach, Gott sei Dank gibt es Menschen, die dann sowas wieder lieben und also nicht die eitrigen Füße, aber halt, dass sie da helfen können und ich hoffe, du weißt, wie ich meine, ja, also auch hier wieder sehr individuell müsste man einfach reinspüren, für was willst du es lernen und dann einfach mal in dich reinfragen, ob du dir zutraust. Die Silke frägt, hallo Tobi, kann ich durch Hypnose mein Unterbewusstsein so beeinflussen, dass ich eine toxische Beziehung endlich abhaken kann und so frei für was Neues werde? Liebe Grüße, Silke. Ja, liebe Silke, danke für deine Frage. Ich versuche sie wieder so klar wie möglich zu beantworten. In Sachen Beziehung finde ich es fast schon traurig, dass wir nicht in der Schule lernen, dass es Unterbewusstsein und Verstand gibt und dass, wenn wir Beziehungen führen, also ich spreche jetzt von einer partnerschaftlichen Beziehung, dann führen jeweils das Unterbewusstsein in eine Beziehung miteinander und auf Verstandesebene auch noch und das ist so krank, wie verschieden wir das sind. Also allein Männer und Frauen, wie die sich unterscheiden, wie die die Gehirne anders die Welt wahrnehmen und allein das schon zu verstehen, ich bin der Meinung, du kannst eine Beziehung nicht führen wie eine Freundschaft. eine Freundschaft, die führe ich so aus dem Bauch raus einfach so. Wie du mir, so ich dir heiß, glaube ich, oder? So und das funktioniert 20 Jahre. Ich bin der Meinung, wenn eine Beziehung so führst, dann fährst du sie garantiert an die Wand, weil man einfach verstehen darf, was ist da mein Säugetier-Gehirn manchmal und was ist eigentlich mein Verstand. Gerade bei Frauen ist das so ganz oft, dass dein Verstand was ganz anderes will als dein Säugetier-Gehirn. Zum Beispiel in der Pubertät, muss man nur mal überlegen. Dein Verstand plötzlich nimmt die Welt der Jungs wahr und sagt, der aus meiner Klasse, den fände ich ganz nett, wir haben die gleichen Hobbys, den mag ich und dein Säugetier-Gehirn verknallt sich in irgendeinen Idioten aus dem Pausenhof, der rumbrüllt oder sich schlägert oder keine Ahnung was, weil dein Säugetier-Gehirn sagt, der kann mich beschützen. Und das Witzige ist, wenn du dann mit dem zusammenkommen würdest, dann würde dein Verstand den anderen nur aus ihm machen wollen, damit der auch nicht leer ausgeht. Und das ist ja immer unser Verstand und unser Unterbewusstsein, das darf man verstehen. Also du merkst, da habe ich mich schon echt damit beschäftigt und das ist mir wichtig, dass das die Menschen erfahren. Und dann ist ja immer so eine Partnerschaft oft, die zeigt einem Spiegel. Wenn du zum Beispiel, wenn zu mir jemand in die Praxis kommt und sagt, meine Partnerin oder mein Partner ist Narzisst, dann ist das immer auch so, also wie gesagt, meine Meinung, dass du ein Selbstwertproblem hast, weil sonst könnte ein Narzisst sich unmöglich entfalten. Also solltest du den vielleicht aus irgendeinem Grund auch treffen in deinem Leben, damit du mit diesem Thema einfach mal arbeiten kannst. Und wenn jemand 100% Selbstwertgefühl hat, dann findet ein Narzisst keine Angriffsfläche, dann wird es wirklich schwer für den, dann wird er sich allein schon deshalb jemand anderen suchen. Oder diesen Narzissmus halt einfach nicht leben können. Und dann gibt es ja so Beziehungen, wo du dann halt einfach, das ist ja das gleiche wie eine Sucht. Dein Kopf weiß, okay, ich muss jetzt ausbrechen, aber dein Gefühl hängt irgendwie noch drin und dann ist es wie ein Kampf und du kommst nicht raus. Und da bin ich eben der Meinung, wenn dein Kopf und dein Unterbewusstsein, eine Beziehung miteinander führen, sich gegenseitig kennen, verstehen und wissen vielleicht, wer sollte jetzt gerade mal wen mit auf die richtige Seite ziehen, dann kann man das ganz gezielt so machen. Ja, also ganz klar hier meine Antwort. Sowas ist bitte nicht irgendwo einen Hypnose-Termin ausmachen und sagen, okay, ich versuche seit zwei Jahren davon wegzukommen, ich komme nie von meinem Partner weg, ich schaffe es einfach nicht und jetzt erwarte ich aber eine Hypnose und dann klick und dann kann ich das plötzlich, sondern es geht dann darum, dass es dann wahrscheinlich ein Prozess ist. Also arbeite selber schon mal vor, arbeite da dran, also nicht vielleicht die Hypnose oder den Hypnotiseur jetzt als die entscheidende Hilfe sehen, sondern eher dein Unterbewusstsein. Ob es dann die Selbsthypnose ist, ob es die Hypnose ist, ob es vielleicht überhaupt reflektieren, dich mit dir beschäftigen ist und dann, wenn du nicht weiterkommst, die Hypnose zusätzlich zu nehmen, da musst du auf dein Bauchgefühl hören. Dann haben wir noch eine Frage, ohne Namen. Wenn man überhaupt nichts damit anfangen kann, funktioniert die Hypnose dann trotzdem? Ja, coole Frage. Hypnose, nochmal sehe ich jetzt einfach als Gespräch zwischen Verstand und Unterbewusstsein, also als die Möglichkeit, Dinge vom Verstand ins Unterbewusstsein zu bringen oder andersrum. Es gibt schon Menschen, die haben sich jetzt damit noch gar nie beschäftigt, die kommen ein bisschen schwerer so am Anfang in diese Materie rein, aber was wir da machen, ist nicht einfach nur Einbildung, sondern wir verwenden Gesetze einfach, die sich bestätigt haben und wir gehen auf das Unterbewusstsein ein. Das sind ja auch messbare Zustände, Dinge, die wirklich bestätigt sind und damit arbeiten wir dann. Also ich würde es jetzt so sagen, wieder meine subjektive Meinung, es ist, wenn ich gar keinen Zugang dafür habe einfach und mir das nicht vorstellen kann, funktioniert dann eine Herzoperation trotzdem. So ja, ich glaube, die funktioniert genauso trotzdem, aber wenn du dich da operieren lassen willst oder wenn es in Frage kommt, dann beschäftige dich doch lieber vorher mal damit. So ein bisschen, wenn du dann schon mal siehst, oh, da gab es ja wirklich erfolgreiche Herzoperationen, ja okay, da bin ich vielleicht offen dafür, oder lese ich mal andere Erfahrungen und so weiter und dann ist es schon nochmal ein anderes Gefühl, weil allein das Gefühl, wenn du dann in diese Kabine reingehst, du sollst die Augen zumachen, jemand sitzt neben dir, also wenn du gar keine Erwartung hast, dass das funktionieren könnte, dann glaube ich, tust du das da auch schwer, dann so abzuschalten, dass du sagst, jetzt mache ich da meine Augen zu und liegt da einfach mal eine halbe Stunde an Glauben, gar nichts. Und dann haben wir eine Frage, ist Hypnose möglich, wenn man eine verminderte oder wenig Vorstellungskraft hat? Oh ja, geile Frage. Das ist tatsächlich bei mir selber so und deshalb hat mich das am Anfang total gewundert, wie eine Hypnose bei mir funktionieren kann. Ich habe nämlich in der Hypnose fast nie Bilder gesehen und dann ist mir aber auch bewusst worden, dass ich allgemein ein schlechtes bildliches Vorstellungsvermögen hatte. Also beispielsweise, wenn ich mir dachte zu Hause, wie wird die Couch an der anderen Seite vom Wohnzimmer aussehen, dann muss diese hinschieben. Ich konnte es mir nicht in meinem Kopf vorstellen. Aber zum Beispiel, wenn ich ein Lied dreimal höre, kann ich es auswendig. Und deshalb, es gibt immer die visuelle Wahrnehmung in Bildern, es gibt die Auditive in Geräuschen, dann gibt es die olfaktorische durch den Geruchssinn, aber auch Tasten, das kinästhetische. Und bei mir ist es heute noch so, wenn ich in der Hypnose mir eine Winterlandschaft vorstelle, dann spüre ich Kälte auf der Haut. Ich kann mir sogar Gerüche einbilden, Geräusche und die Bilder, die sind immer noch am wenigsten bei mir. Aber, und das hätte ich gar nicht gedacht, das war auch nie mein Ziel, das wird besser. Also ich kann mir immer krasser innere Bilder vorstellen und mein bildliches Vorstellungsvermögen wird besser, scheinbar einfach dadurch, dass ich es jahrelang geübt habe. Aber ich wollte gar nicht, ich habe das für mich akzeptiert. Ich habe mir gedacht, ich habe ja das Auditive und das kinästhetische. Und von dem her, wir nehmen ja über alle Sinne die Welt wahr. Und wenn du jetzt sagst, ich habe kein bildliches Vorstellungsvermögen und du liegst bei mir auf der Liege, dann kann ich trotzdem so auf dich eingehen, dass du einfach die anderen Sinne dir vorstellen kannst. Und damit sind wir wieder bei der gleichen Sprache, die das Unterbewusstsein eben spricht, durch Emotionen, die durch deine Sinneseindrücke erweckt wurden. Jetzt haben wir noch eine Frage, die ist jetzt ein bisschen länger. Ich lese sie dir vor. Lieber Tobias, ich war vor zwei Jahren in deiner Praxis und habe die Hypnose erlebt. Außerdem eine Affirmation von dir erstellen lassen. Jetzt habe ich nochmal zwei Coachings hinter mir und nichts passiert. Mir wurde jetzt gesagt, ich soll loslassen. Nach bald zehn Jahren üben mit mir selber, mit Coaches und viel mehr, mit Ritualen und 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 passiert einfach nichts. Mir wurde gesagt, dass ich das tun soll, was mein Herz sagt. Ich soll das tun, woran ich Freude habe. Ja, Freude habe ich an einigen Dingen, aber sind es die Dinge, die Aufgabe, die mein Herz berührt. Ich probierte schon so viel aus. Was noch alles? Ich bin Mitte meines Lebens. Mir wurde gesagt, dass Wunschcollagen Quatsch sind, wenn man nicht daran glaubt oder es sich erlaubt. Ich finde, dass ich es mir erlaube, aber das kommt nicht im Universum an. Das heißt, ich erlaube es mir nicht. Mir wurde gesagt, was ich denke, sehe ich an. Ich denke, dass ich das richtige Denke augenscheinlich nicht, sonst würde ich es nicht hier schreiben. Ich fühle mich wie eine Champagnerflasche. Der Sprudel will raus, aber der Korken springt nicht heraus. Was kann ich in so einer verwirrenden Situation tun, wenn ich nicht mehr weiß, was ich in den letzten zehn Jahren eigentlich gemacht habe und quasi ergebnislos dastehe? Beruf derselbe, Wohnung dieselbe und das Denken war in der Vergangenheit auch falsch. Liebe Grüße, Silvia. Liebe Silvia, danke für diese Frage und dass du dich da so offen an mich wendest. Also, ich weiß jetzt natürlich nicht alle Details, aber ich sage dir jetzt einfach mal, was ich da so fühle. Ich finde, das Bild, das du erzeugt hast mit der Champagnerflasche, finde ich sehr cool. Ja, der Sprudel will raus und der Korken nicht. Bei mir war das früher immer so, dass ich dachte, so irgendwas muss ich jetzt noch machen und dann bin ich endlich der Mensch, der ich sein will. Und dann hat mir das immer das gleiche Gefühl. Es war egal, was ich gemacht habe. Ich bin da nicht rausgekommen. Es gibt manche Themen, die begleiten mich bis heute. Zum Beispiel Gewicht, ich habe 140 Kilo gewogen und ich bin jetzt zum Glück so, dass ich sage, ich habe kein Problem mit meinem Gewicht. Ich habe aber immer noch, also wenn du mich fragst, ob ihr jetzt einfach so auf Schnipp mal kurz acht bis zehn Kilo weniger wiegen könnt, hätte ich kein Problem damit. Also es ist immer noch nicht so, dass ich sage, ich bin da zu 1000 Prozent glücklich damit. Aber was ich gelernt habe, wegen dieses Gewichts, wegen dem, ihr habt alles Mögliche dafür getan und jetzt liebe ich mich so, wie ich bin. Ich bin so glücklich und ich bin total froh und das habe ich auch so gesteuert, dass ich nicht 30 Kilo mehr wieder habe. Aber ich bin jetzt so, wie ich bin, bin ich echt so. Ich hätte gern immer nur wenige und ich bin auch immer da dran. Das ist kontinuierlicher Prozess bei mir. Aber so viel Erfahrung hätte meine Seele gar nicht machen können. So viel über mich selber lernen, wie mir dieses fucking Übergewicht schon über mich selber gelernt hat. Wenn du das jetzt mal mit dem Champagner siehst, so ja, der Moment, wenn der Korken ploppt, den ersehen wir alle, so richtig cool, aber für den Champagner ist danach vorbei. Und die Jahre, der ganze Prozess, den er braucht hat, um der Champagner zu werden, der jetzt in der Flasche drin ist, so edel. Wenn der sich jeden Tag einfach nur geschaut hätte, so ja, jetzt in dem Moment, ich bin immer noch in der gleichen Flasche. Ich bin immer noch im gleichen Regal. Aber was ist währenddessen passiert, wenn du jetzt mal von außen drauf schaust, da hat sich was entwickelt und zwar was unglaublich Edles. Und wenn du jetzt einfach, wie gesagt, ich kenne deine Situation jetzt nicht ganz genau und das ist ja scheinbar auch über zwei Jahre her, dass wir uns da gesehen haben, aber ist es wirklich so, dass sich einfach gar nichts verändert hat oder hat sich nur im Außen nichts verändert und in Wahrheit ist der Champagner währenddessen edel, immer noch edler geworden. So, manchmal darf man sich das fragen. Ich denke mal, bei meiner Schwester so, als die, als das irgendwann klar war, dass die mit zweieinhalb Jahren plötzlich hundert Prozent schwerbehindert ist, keiner weiß so richtig, was mit ihr los ist, so und das ist, irgendwann hört sie dann auch noch auf zu sprechen und so weiter. Du kannst nicht dir als Ziel setzen, dass die irgendwann ganz alleine leben kann. So, aber was haben meine Eltern, was haben die in dieser Zeit über sich selber gelernt, was hat jeder für eine Entwicklung durchmachen müssen in der Familie, weil das sowas erlebt hat und das wird nie im Außen dann so sein, dass die einfach ein ganz normales Leben führt, aber dann, dann wäre keiner von uns so worden, wie er heute ist. Ich würde niemals jetzt meinen Beruf geben, wenn ich meine Schwester nicht als Kind schon so erlebt hätte und das den Zugang für mich da einfach geöffnet hat. Also, ich verstehe das, Ziele im Außen, da muss sich ab und zu was ändern und überleg dir mal, was du da einfach steuern kannst, weil wenn es wirklich nur dieselbe Wohnung ist, seit zehn Jahren, dann ändere was dran. Also, es gibt immer Möglichkeiten. Du kannst dich da zur absoluten Schöpferin deines Lebens machen. Aber manche Themen, die bringen dich währenddessen unfassbar weit und währenddessen hat sich im Außen noch nichts geändert. Vielleicht suchst du dir da mal eine gute Freundin oder einen Freund, der sich in Sachen Persönlichkeitsentwicklung auch schon mit sich auseinandergesetzt hat und lässt dich einfach mal so ganz, ganz ehrlich mal reflektieren. Was hat sich geändert in den letzten Jahren? Was bin ich für ein Mensch? Und dann schau mal, vielleicht hat sich da ja doch viel mehr entwickelt, als dir im Moment bewusst ist. Und ich habe immer wieder so ein, von der Steffi habe ich mir so ein kleines Büchlein, der Moral von Epiket geschenkt kriegt. Und immer wieder, wenn ich im Studio bin, lese ich da ein, so eine kleine Seite in dem Büchlein. Und da stand dann mal irgendwie sowas drin, wie, wenn du nicht das und das Leben führst, das du gern hättest, ja, so quasi dann, oh schade, aber dann ist das einfach nicht für dich bestimmt. Also wenn du halt einfach nicht die sein sollst, die in der Karibik ein Haus hat, wenn es einfach nicht für dich vorgesehen ist, dann so, so gibt es vielleicht was, ein ähnliches Gefühl, was dann nicht in der Karibik ist und was vielleicht mein Wertesystem im Moment nur denkt, das könnte ich nur in der Karibik fühlen. Vielleicht so. Ich hoffe, ich konnte jetzt mit meinem Ansatz weiterhelfen, aber einfach mal so komplett reflektieren. Mal schauen, was ist in dir wirklich passiert währenddessen und dann einfach zwischen Geduld und motiviert bleiben. Aber wenn du Mitte deines Lebens bist, ganz ehrlich, liebe Silvia, dann ist immer noch ein halbes Leben Zeit. Also, ich glaube, wir müssen nicht fertig werden die ganze Zeit, sondern das ist schon so richtig für uns vorgesehen. Ich habe mir ganz oft schon gedacht, wenn ich diesen ganzen Scheißweg der Persönlichkeitsentwicklung nicht entdeckt hätte, dann, mir könnte es so viel besser gehen. Ich habe damals mal so den einen oder anderen Kumpel in der Schule erlebt, wenn der ein neues Playstation-Spiel gekriegt hat, dann war der zwei Wochen glücklich und hat nicht das Leben hinterfragt. Ich habe mir gedacht, kann ich nicht einfach mal so ein Leben führen? Aber ganz ehrlich, du willst da nicht tauschen, oder? So, das kann mal ein Tag cool sein, aber wenn du siehst, dass deine Augen leuchten, es ist egal, wie viel Schmerzen und Kampf und sonst was dahinter stecken, ich denke mir immer so, für dieses Leuchten in den Augen war es einfach nur jede Sekunde meines Lebens wert, weiterzumachen. Aber was geil ist, liebe Silvia, du sagst ja schon, das Denken war in der Vergangenheit auch falsch. Vielleicht ist das ja ein cooler Abschlusssatz, um zu sagen, jetzt geht es in der Gegenwart weiter. Und jetzt habe ich noch eine Frage, lieber Tobi, wo siehst du dich in fünf, zehn oder fünfzehn Jahren? Das ist ja eine coole Frage, also da immer sehr, ich habe da meine totalen Visionen, die sind ganz klar und dennoch lasse ich mich total von meinem Bauchgefühl leiten und zeitweise auch überraschen, aber ich spüre, der Weg geht weiter in Sachen Unterbewusstsein und vor allem auch bei hochsensiblen Menschen, da ist bei mir im Herzen so eine Türe aufgegangen, ich brenne da so krass dafür. Ich freue mich auf alle Vorträge, die kommen und gleichzeitig baue ich im Hintergrund die ganze Zeit etwas auf, was für hochsensible Menschen einfach eine unglaubliche Stütze im Leben sein soll und da, ich kann nur gar nicht so viel verraten, aber das wird einfach nur, es wird krass und es wird schön und ich sehe mich darin, dass es einfach meine Pflicht bleibt, dass ich immer mein größtes Vorbild bin, weil wenn ich das nicht bin, dann kann ich nicht in der Energie sein und das nicht ausstrahlen und ich sehe mich viel am Reisen, weil ich tatsächlich, das sagt mir mein Bauchgefühl irgendwie so, ich bin unglaublich gern mit meinem Schatzi in Hotels, wenn wir irgendwo unterwegs sind oder auch mit dem Camper unterwegs und allein durch die Vorträge und so weiter und weil unsere Kinder jetzt ja auch schon so alt sind, dass das alles schon, ja, die können auch schon mal alleine sein und da also allein schon in fünf Jahren dann, ja, viel unterwegs und dennoch immer so, also, ja, es ist so krass, wenn man das dann mal in Worte fassen muss, weil ich sehe es immer in Bildern halt vor mir, es wird auf jeden Fall geil und ich habe in meinen Visionen habe ich mal ein Bild von mir gesehen, wie ich ein ganzes Fußballstadion voller Menschen mit live einem Orchester in Hypnose versetze und das Witzige war, dass ich das in meiner Vision auf Englisch gemacht habe und ich kann ja gar kein Englisch, also ich bin da selber gespannt, wohin die Reise noch geht, auf jeden Fall freue ich mich und ich spüre so, also das ist, das darf dynamisch sein, ich passe mir da immer mein Bauchgefühl an, aber es ist einfach dieses Thema, das Leben zeigt mir den Weg und den gehe ich nach und alles andere, es ist, ja, es wird genau so weitergehen, dass mir das Leben zeigt, wo geht es lang, ich gehe diesen Weg und bin bereit, da in Sachen Unterbewusstsein einfach wow, immer wieder aufs Neue Zeuge dessen sein zu dürfen, wie faszinierend unser Unterbewusstsein ist und was wir dadurch alles lösen, beverarbeiten können und wie wir vor allem mit diesem Unterbewusstsein kommunizieren können und bei mir, ich finde es halt immer wieder krass, wie viel Intelligenz hinter all dem steckt und das finde ich so beeindruckend. Ich hoffe, das hat eure Fragen soweit beantwortet. Ich freue mich gerne über Feedback, ob ihr so eine Folge mal wieder haben wollt, ansonsten die nächste Folge, die ich mit mir alleine mache, da spreche ich dann über diese Energielosigkeit und jetzt wünsche ich dir wunderschöne zwei Wochen, das war jetzt echt mal cool, diese Fragen von euch mitzukriegen und folg mir gerne auf Instagram. Jetzt kommen nicht nur Storys, sondern jetzt kommen bald jede Menge Reels, wo es fast jeden Tag so einen kleinen Impuls von mir gibt in Sachen Unterbewusstsein oder sich selbst besser verstehen. Außerdem teil gerne den Podcast mit Menschen, die ihn brauchen könnten und abonniere gerne unseren Kanal, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn neue Folgen kommen. Gerne, auch wenn du die ein oder andere Rückfrage hast, wenn jetzt irgendwas unklar war, wenn du eine Erfahrung deiner Hypnose teilen wolltest, dann mach das gerne in den Kommentaren unten mit uns. Vielen Dank, ich wünsche dir wunderschöne Wochen, lass es dir gut gehen, danke, Ciao.